Ein Mann füllendes Graffiti auf einer Betonwand nahe des Neckars, zeigte ein Kapitalisten, erkennbar an der Melone auf seinem Kopf, der Zigarre zwischen seinen Zähnen und den fetten grünen Geldbündeln, die ihm aus allen Taschen quollen. Einer abgemagerten Gestalt in löchiger Kleidung zog der gierige Bonze ihren einzigen Geldschein aus der Tasche. Aber der Kapitalist würde nichts davon haben. In seinem Rücken zielte die Sense des als Skelett dargestellten Todes auf ihn. Zwischen der Betonwand und einem wuchtigen, auffällig rot-weiß lackierten Armeeschlitten Elternbaujahrs war ein Mann eingeklemmt. Seine schmerzverzerrten Gesichtszüge zeugten von seinem qualvollen Tod. Bei seinem Anblick begriffvolle Baus, Ellens Bemerkung, die Leiche läge nicht. War die Gerichtsmedizin schon da? Ja, die Leichenschau dauerte nur kurz. Der Wagen zerquetschte dem Mann Oberschenkel und Becken, zerfetzte große Blutgefäße und Organe. Das Opfer durchlitt einen qualvollen Todeskampf, der aber wenigstens nur kurz dauerte. Hollebau schwieg. Die Szenerie bedrückte ihn. Übrigens handelt es sich bei dem Toten um den Halter des Wagens. Verblüfft wandte der Kommissar sich seiner Kollegin zu. Der Mann wurde also mit seinem eigenen Auto getötet? Ja. Woher weißt du das? Mit seinem Geldbeutel fanden wir den Fahrzeugschein, in dem sein Name steht. Hollebau schüttelte den Kopf und musterte die Szenerie noch eingehender. Langsam ließ er seinen Blick nach rechts und links schweifen. Rechts gruppierten sich drei Mülltonnen um eine runde Betonsäule, die Verlagsprühdosen überquollen. Die Plastiktonnen waren ebenso wie die Säule, alle Wände in Sichtweite sowie weite Teile von Decke und Boden über und über mit Graffiti bedeckt, die einander überlappten und überdeckten. Es war nicht zu übersehen, dass es sich hier um ein Hotspot der Stuttgarter Spreer-Szene handelte. Stuttgarter Sprecher